Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zum besten Format auf YouTube. Mit mir, dem Robin Dates, erstmal den Timer stellt. Sehr gut. Ihr seht zwar, ich habe jetzt mittlerweile extrem viel Stuff schon gesammelt. Ich hatte hier gerade schon die ganze Zeit gelabert und dann ist mir aber vor uns gerade erst aufgefallen, ich habe vergessen, mal wieder Aufnahmetaste zur Toiletten deswegen. Aber ich habe bloß hier Holz gefällt und das Ganze darf ich jetzt natürlich nochmal erzählen. Aber leider war es scheiße. Ich hatte erzählt, ich habe heute mein Buch verlängert in der Schule und so und so fort und so weit. Ich habe in der Bildet-Welt extrem viel weiter gebaut gehabt. So, letzte Axt. Dann war es das, ich glaube auch erstmal mit dem Holzfällen, oder? Jetzt nicht, nein, nein. In Staudamm könnte ich mir mal bauen, hätte Spock drauf. So, nein, egal. Ja, was ist... Achso, ja, eigentlich, dann wollte ich noch erzählen, das Advanced Warfare-Video kommt. Leider nicht heute, da ich mich gerade selber dazu gequält habe. Das ist jetzt ziemlich scheiße, dass ich jetzt nochmal hier ran darf. Das aufzunehmen, weil ich zu unfähig war. Und das geht von meinem guten Setup. Advanced Warfare... Ich sage jetzt hier noch nichts, also ich kann nur sagen... Also, nee, ich sage nicht mal was dazu. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, in welche Richtung es ist. Also, ich sage mal so, es ist aus meiner Sicht, die Server sind ein bisschen... Nee, nicht mal das erzähle ich. Ich erzähle, es kommt alles, es kommt alles. Ich glaube, morgen oder so nehme ich es auf. Nee, morgen nie. Morgen habe ich scheiße, morgen habe ich kommt Zeit. Oder? Ah, halt. Jetzt gucken wir mal live in der Aufnahme. Oh, eigentlich, ich warte mal hier schon wieder abziehen. So großer YouTuber wie ich war. Wenn wir mal eine Hausaufgabe in der Hälfte. Morgen habe ich Schule bis... Nee, habe ich irgendwo... Uhrzeiten stehen, ich glaube. Okay, bis 15.15 Uhr habe ich morgen. Habe ich Hausaufgaben bis Mittwoch auf. Warte, aber geht klar, das Deutsch, das kleine Blatt, das geht ja schnell. Ja, wenn ihr Glück habt, wenn ihr... Ah, nochmal, jetzt zurück. Ah, wenn ihr Glück habt, könntet ihr sogar morgen ein Video bekommen. Von Advanced Warfare. Also, Minecraft-Video, aber ich erzähle darüber meine Meinung zu Advanced Warfare. Gerade PVR, weiß er nicht, ich habe mir diesmal für die PS3 bestellt. Werden wir demnächst auch mal eine Xbox One holen oder so. Also, Xbox 360 werde ich mir nicht mehr erstmal holen. Wollte ich mir die One, neue. Und dann, ja, mal gucken. Hätte ich schon ziemlich Bock drauf. Vielleicht gleich zu Weihnachten. Aber lieber wären wir zu Weihnachten noch ein bisschen Geld. Geld braucht man immer. So, genau. Ja, dann, was habe ich noch erzählt? Genau, morgen ist ja der 11.11. Und da geht ja die ganze Karnevals-Saison los. Ähm, ich kenne da selber ganz paar Leute da, die sind schon ganz aufgeregt. Ich würde mir das Spektakel morgen gerne mal angucken, aber leider brauche ich ja nie wegen der Schule. Das ist ein bisschen blöd, aber ich denke mal, ich werde da das eine oder andere Foto zu Gesicht bekommen. Das ist ja, ich bin, ich bin zwar nie so der Faschings-Fan, aber ich habe mich so arrangiert und ich gehe auch mal zum Fasching. Beispiel am 18.11. gehen wir mal. Und da kriege ich, verkleide ich mich sogar, was ich ja sonst nie mache. Was schon eine Kunst für mich ist, ja. Ich kenne viele beim Fasching. Die haben mich so ein bisschen, ich will nicht sagen auf den Geschmack, naja, doch irgendwie schön, aber... Naja, gut. Ist ganz, ist ganz geil, Fasching, ist ganz geil. Also ich habe es noch nie miterlebt, aber ich denke mal, es wird geil. Ich habe jetzt auch Leute, also es kommen auch Leute mit, so wie es aussieht, kommen jetzt auch Leute mit. Und, das wird geil. Das wird geil. Ich gehe übrigens als Bauarbeiter, ja. Schon alles da, habe schon einen Blaumann, schön mit Gummistiefeln und Bauhelm komme ich dann dort. Ein schönes Trägerhemd ziehe ich mir an. Oh, das wird schön, das wird schön. Oh, das wird schön. Trägerhemd, scheiße, Trägerhemd muss ich nicht bestellen. Ich habe noch keins. Was hat denn den Bauarbeiter? Ich habe einen weißen Bauhelm, ein weißes Trägerhemd dazu, passt das? Ein bisschen Dreck dran schmieren und dann geht das schon, oder? Was meint ihr? Geht das? Mal eure Meinung rein in die Kommentare. Ja, ne, Jonas spielt. Mit dir muss ich auch noch ein Württchen reden in der Folge. Oder über dich muss ich noch ein Württchen reden, ne? Weißt, warum, wenn man mir pampig kommt, das kann ich gar nicht leiden. Ja, Jonas. So. Das hat schon noch erzählt. Ich habe gestern mal wieder GTA gespielt, da habe ich mit meinem Cousin. Schöne Grüße, von daher jetzt ein Deich. War ganz lustig mal wieder. In der U-Bahn. Auch wenn du dich manchmal über mich aufgeregt hast. Ich fand es extrem lustig. Mit dem Bus vor allen Dingen. So. Was könnte ich denn noch so erzählen? Schönes. Ich habe mein Buch verlängert, das hatte ich schon erzählt, glaube ich. Wir waren gestern, waren gestern bei McDonalds, gestern Abend noch mit ein paar Kumpels in Turner und wir stehen dazu, gestern, wer es weiß, 9. November, für die Kleinen, was war da? Na, natürlich, der Mauerfall vor 25 Jahren, wurde, hatte sich das 25. Mal gejährt, war natürlich ein bedeutender Tag und das mussten wir natürlich feiern. Wir standen dann halt an dem McDrive. Der erste Spruch, wo ich mich nicht mehr gefangen habe, war, ja, wie viel kostet das Eis? Ja, das war 3,20 Euro. Was? 6,40 Euro? Oh, ich habe gebrüllt. Und dann, von der Person, ich weiß nicht, ich glaube, die gucken meine Videos nie, aber TS, ich denke mal, wisst ihr mit Initialen, der wird sich daran schon erinnern. Oder immer mit dem Visum, wir würden gerne in den Westen reisen, können wir denn mal unser Visum kriegen und lauter so ein Schei, ja, das haben wir dafür ein Schei erzählt. Ah, herrlich. Herrlich. Na gut, so. Ich glaube, es kommt wieder ganz gut an bei euch, dass ich wieder Videos mache, glaube ich zumindestens. So, was gibt es noch zu sagen? Oh, lecken mich so viel Holz, ich habe schon nie. Ne, gut, ich habe noch nie so ausdauernd Holz geformt. So. Von 2D mal bloß 15 FPS, jetzt habe ich wieder mehr Scheiße. Und dann machen wir schon, na, scheiße, na, ma, 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 ma. So, so viel Holz hat schon nie, vor allem, oh, vor allen Dingen Birkenholz, das ist ja das Schlimme. So, wir haben es 7, 8 Minuten, ich werde mich gleich hier von euch abschieben, heute war die Folge nie ganz so lang, weil, at once war, wo muss ich auch nachher, ne? At once war. Zeichen, da habe ich bekommen, eine Sprachnachricht, hm, kann jetzt, wird es nicht angehört. So, da habe ich gerade nämlich einer von den Karnevalisten angeschrieben. Sprachnotiz, sie kann ich mit allerdings nicht anhören, denn ich muss mich ja um euch kümmern. So, wie spät haben wir es denn? 18.55 Uhr, relativ spät. Ich muss mich beeilen, ich bin unbedingt noch, at once war, ich habe zwar Hunger, aber scheiß auf Hunger, at once war, Alter. Anhand meiner Reaktion, werde ich sicherlich schon wissen, wie ich das Spiel finde. Aber, wie gesagt, der Ausführerbericht kommt morgen. Nach langer Wartezeit endlich mal. Oh, ich bin vor uns abgegangen, wie so eine Rakete. Ich habe schon gewartet, die ganze Zeit. Meine Mama hatte fünf Feierabendmuster, dann das holen. Oh, ich bin wie so ein Beklopter durchs Haus gerannt. Wann kommt die, wann kommt die? Hat der bestimmt fünfmal geschrieben. Mutti, wann bist du da raus? Bis dann endlich da war. Und ich glaube, na, ich mache zehn Minuten voll und dann geht es los. So, nee, ich beende jetzt. Oder? Jeden Moment. Na gut, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und dann, achso, wir hatten jetzt unser Intro mit dem Let's Play. Ja, dann Leute, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Die Unterhaltung bleibt geschmeidig. Freut euch auf morgen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Let's Play. Lass uns spielen. Denn bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Hier vom besten Format auf YouTube. Nee, ich zähle schon mal in den Link. Aber das mit dem letzten Spiel, das müsste ich ihr zum Anfang sagen. Müsste ich ja zum Anfang kommen. Hallo und herzlich willkommen. Nee, hallo liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zum besten Format auf YouTube. Dann ja mittlerweile ist schon der Spruch mit mir, dem Robin, der jetzt erstmal den Timer stellt. Und dann muss ich sagen, naja, und lange Rede, kurzer Sinn. Let's Play. Lass uns spielen. So, dann fange ich an. Aber dann brauche ich immer noch ein Outro. Dann würde ich sagen, ich könnte ja einfach von Portrait Media kupfern, aber das fände ich mittlerweile auch ein bisschen blöd. Gut, ich muss mal was eigenes mal ausdenken. Bleibt geschmeidig. Das kann ich machen. Jungs und Mädels, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lass uns spielen, mit Robin spielt. Das ist geil, das machen wir. Die Folge nenne ich neues Outro. Also, jetzt bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.